Was macht es besonders? Also das Wetter ist auf alle Fälle ein Faktor. Es ist nicht gerade immer schönes Wetter wie heute, dass man bei jedem Wetter draußen jede Situation einfach individuell meistern muss. Das heißt mit den Maschinen zum Fahren, dass man sich im Nebel orientieren muss, dass die Zusammenarbeit passen muss am Tag, wenn man mit den Ski unterwegs ist, die Pisten kontrollieren. Also man ist eigentlich ständig in der Natur auf dem Weg. Es ist lässig. Auch wenn man mit den Ski unterwegs ist, wenn man mit den Ski unterwegs ist, dass die Ski unterwegs ist. Das aqui geht um die Ski.